Ja, hallo, hier ist der Basti Fantastio und wir sind heute natürlich wieder geladen worden zum Dresdner Kaufpark Dresden-Nickern und freuen uns, dass wir das zünftige Oktoberfest natürlich mitfeiern dürfen. Und wir sind live dabei, ich und mein Team sind dabei und freuen uns natürlich auch auf Weißwürste, auf gute zünftige Musik, auf Frauen mit gut Holz vor der Hütte und vieles mehr. Und natürlich ist heute auch Stargast Rossendini dabei. Was wir mit Ihnen am Leben, wie das Konzert ist von Rossendini, das seht ihr demnächst auf meinem YouTube-Kanal, der hier unten eingeblendet ist, oder auf meiner Facebook-Seite, auf BastiFantastio.de. Und jetzt würde ich mal sagen, ich gehe rein und ihr schaut später nochmal nach. Viel Spaß, euer BastiFantastio. Ja, da wärst du noch bekloppt oder was?